Norddeutscher Rundfunk 2021 Schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. Schon? Was macht denn dein Kopf? Das sieht übel aus. Was schon? Erstmal in anderen sehen sollen. Habe ich, der hat keinen Kratzer. Danke, du bist die Beste auf der ganzen Welt und für immer in meinem Herzen. Den Spruch kenne ich, das von Michael. Den hat er auch mal zu mir gesagt. Kurz nach dem Orgasmus, bevor er sich zum Schlafen auf die Seite gedreht hat. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020